Frank ist sein Hobbykeller heilig. Doch immer wenn seine Frau den Raum betritt, schimpft sie wegen der Unordnung. Wo sie recht hat, hat sie recht. Überall liegt etwas herum, überall stapelt sich etwas. Frank beschließt, dem ein Ende zu machen und bestellt bei lagerregale.ch ein Lagergestell online. Das Regalsystem besticht durch seine Einfachheit mit nur drei Elementen. Mit Ständerrahmen, Tablaren und Tablarbügeln kann er das Regal jederzeit an seine Bedürfnisse anpassen. Die Regale bestehen aus FSC-zertifiziertem Fichtenholz und die Belastbarkeit pro Tablar beträgt bis zu 150 Kilogramm. Zudem kann das Regal x-beliebig angebaut werden. Frank trifft seine Wahl und bestellt. Qualitativ hochwertig, günstig und Swiss-made. Ein paar Tage später wird das Lagergestell geliefert und Frank kann es zügig und einfach selbst montieren. Dann beginnt das große Aufräumen und am Ende liegt alles sauber und geordnet an seinem Platz im Regal. Da ist auch Franks Frau glücklich und zufrieden.